Riding through the motions beyond the world To the end of time where the waves are Riding the storm into the clouds And when I love myself, I think Weil wir von der Kampagne gehört haben und ich glaube, wir haben echt uns zwei Sekunden überlegt und haben sich vorgelegt, lasst uns das machen und lasst uns irgendwie ein T-Shirt entwerfen und gerade ich hatte irgendwie total Lust drauf wirklich selber ein T-Shirt zu entwerfen und sich da mal so ein bisschen aufzuleben und dann auch natürlich, um auf Apes aufmerksam zu machen Das war einfach eine gute Kombination, wo wir gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall mitmachen